Untertitelung des ZDF, 2020 Meine Handtasche ist weg. Urkundenfälscher, Hehler, Ausweisbeschaffer und Verkäufer. Alles in einer Person. Töchtiger Junge. Und es geht? Ja. 168.000. Hilfe! Polizei! Hilfe! Hilfe! Ich soll mich loslassen! Aufmachen! Aufbleiben! Öffnen Sie, so schnell wie die Tür ein. Halt! Keine Flieger! Ich will nur kurz! Was heißt? Ich werde mich beschweren! Aha. Wohl, weil wir sie nicht schon früher gestabt haben, wie? Kommen Sie raus! Sie sind vorläufig festgenommen. Was soll denn das heißen? Dass wir wieder mal eine Brasser weniger haben. Und nun kommen Sie, gefällig raus! So, jetzt wollen wir mal alles schönes Präsidium fahren. So, jetzt ist oder sie ist, da kann auch viel gent down sein. Wir hatten anger, mein inw DSM-DM! wir haben zu Collegeieren. Ja? Was guste was ich vermisst? Was hat mir schon verbessert. Es tat? Was war auch wassgebr pediatric passt? Was hat mir sehr be versteht? Was hat mir neue Unternehmen! Tom ausfже, declarationsedu.